willkommen hier auf den Bauernhof von Patrick was mache ich jetzt erstmal ganz einfach wir haben jetzt hier den Schweinestall darum habe ich mich heute morgen gekümmert und hingebaut werden jetzt auch erstmal hier den Gabelstapler den brauche ich nicht mehr auf diesem Hof den werden wir woanders hin verfrachten aber ich denke mal dass wir den verkaufen werden weil ich kann den nicht mehr gebrauchen und dazu gehen wir jetzt hierhin dann verkaufen wir mal eben den Gabelstapler also die Gabeln die brauche ich ja nicht mehr und wir hatten ja Vorgaben noch Regale zu kaufen die kann ich ja jetzt mal eben machen also so Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Und packen die zu meinem Regal. Ich glaub's dann nicht, dass ich hier so draufstellen kann. Egal, die kann man aber immer noch hier so gut hinter verstecken. Und da kommt ja auch noch ein anderes Regal. Durch die ganzen Paletten von Saatgut, Flüssiggenau und alles. Und da kommt ja auch noch ein anderes Regal. Und da kommt ja auch noch ein anderes Regal. Ich kann mich erstmal jetzt hier weiter um... Dann machen wir mal eben hier. Ah ne, der kann aber eben stehen bleiben. Weil ihr wollt jetzt hier auf den, wo ich die Kühe stehen hab. Und die Hühner. Da hatte ich jetzt vorgehabt, Regale hinzubauen. Okay. Wie geht's denn hier? Die Palette brauchen wir gleich auch noch. Und... Und... Dann fahren wir das mal hier an der Seite. Jetzt nochmal eben den John Deere. Und dann machen wir den Anhänger mal hier in kurz A-Seite fahren. Dann stellen wir das mal zu lange hier ab. So, wo haben wir jetzt die Regale? Hier. ... Und... ... ... ... Ja, das passt. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal eben kurz. Wir machen den Anhänger schon mal voll. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann verkäufe ich die Fräse mal kurz. So, dann kaufen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann fahren wir jetzt gleich erstmal zur Hofzeit. So, dann nehmen wir die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. So, dann nehmen wir uns die Fräse mal kurz. Dann haben wir uns die Fräse mal kurz kurz um. So, dann haben wir uns die Fräse mal kurz um zum Hochzeit. Dann haben wir uns das hoch zum Hochzeit gebracht. Dann haben wir uns die Fräse mal kurz nach dem Kuhstall fahren können. Zum Regal. dann habe ich nicht alles so weit 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 so weit dann noch hier Passt das da unten rein? Ja. Und jetzt noch die anderen. 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 Lass die dich... Äh? Und los... Das sehen wir dann auch wieder an. 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 Das sehen wir dann. 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 Das sehen wir dann auch wieder an. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann auch wieder an. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann auch wieder an. 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 Das sehen wir dann. Das sehen wir dann auch wieder an. Und jetzt gehen wir dann hin. Und nehmen unseren. Ähm. Jcb. 575. 67. Da ist dieser. Teleskop. Lader. Und jetzt gehen wir dann hin. Und das packen wir dann. Alles einzeln schön. oben auf dem. Hochregal drauf. los. Die yatser. Them. ihnen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.